Der TR3 Dreiradroller von AGM Motors. Der powervolle Zweitakter mit seinem stufenlosen Automatikgetriebe begeistert sowohl jüngere als auch ältere Fahrer. Entweder als 25 oder 45 kmh Version. Das ist Fahrvergnügen bereits ab 16 Jahren. Komplett TÜV und steuerfrei. Dank des großen Einstiegs kommen auch gehandicapte Fahrer bequem in ihre Fahrposition. Einzigartig sind das Differenzial und der integrierte Rückwärtsgang. Dieser kann ganz einfach über einen Schalthebel eingelegt werden. Ein Blickfang sind die 12 Zoll Alufelgen mit Sportreifen. Vorne packt eine Zweikolbenscheibenbremse zu und sorgt für die nötige Sicherheit. Auch Stauraum ist ausreichend vorhanden, sowohl im Ablagefach unter dem Lenker als auch dem Staufach unter der Sitzbank. Optional sind ein klappbarer Gepäckträger sowie ein Topcase erhältlich. Serienmäßig sind der Elektro- und Kickstarter, die Feststellbremse über dem linken Bremshebel sowie der Tacho mit Tankanzeige und Drehzahlmesser. Holen Sie sich Ihren TR3 Dreiradroller in Silber Metallic. Das ist der TR3 Dreiradroller auf einen Blick. In unserem Zubehörprogramm finden Sie zudem viele nützliche Erweiterungen, wie etwa einen Sitz mit verstellbarer Rückenlehne oder einen Stockhalter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017